Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Together von... Näh! Doch! Echt jetzt? Ja. Mit? Ja, mit mir, MissFortunaLP und... Mit mir, maybe Tiss heiße ich glaube ich. Ja, du weißt nicht, irgendwie so ähnlich war es. Also ich bin trotzdem in den Spielen immer noch Roy und du bist Annie. Ja, wir nennen uns natürlich beim Vornamen, denn andere Dinge wären zu lang. Aber ich weiß natürlich nicht Annie. Doch, bei mir schon. Ja, bei dir, weil ich dich nicht zwingen kann, dir das abzugewöhnen. Los drücken wir. So, wir drücken einfach. Also wir spielen One Late Night. Ach ja, stimmt. Hast du noch gar nicht gesagt. Ist ja total nebensächlich, wie der Spieler ist. Wer hält dich? Oh, Linda. Oh, I see you soon. Was? Was? Hey sorry, but I will be later than accepted. Not sure when, but I will call you on my way home. Bestimmt. Sagt das jetzt daran, dass sich die Maus bewegt hat? Das sieht vor allen Dingen aus wie ein Schritt. Phew, I'm exhausted. Am Anfang wie nackter Hose. Alleine. Irgendwie total cool. Hiding. Was? Wir müssen uns hier verstecken? Ja. Ah. Jetzt erzähl mir keinen Mist. Also der Roy kennt das Spiel schon so ein bisschen. Warte. Press Space to Exit Hiding. Warte mal. Und wie machst du Hiding? Was? Naja, mit Space. Warte, Interact ist linke Maus Button, äh, left Maus Button. Ach so, das muss man erstmal kapieren, was LLB heißt. Space, Space, Quit und Short. Ich drücke sofort auf Quit, dann haben wir das Problem gewusst. Short Sprint ist Shift. Shift, okay. Na, bei deiner Tastatur sieht man noch nie durch. So, drück mal Escape. Nee, ach nee, 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 no. Sag mal, Roy, du verarschst mich. Drück nochmal Space. Wie kannst du das wegmachen? Press S1 to height. Ach, F1. Was? F1. Mann, wo ist die F1? Ja, wir spielen hier voll im Dunkeln. Ja, deswegen, ich seh die Tastatur. Mit einer kabellosen Maus vom Sofa aus. Und Tastatur. Ja, kabellose Tastatur und Maus der Roy. Wie ist das eigentlich? Ein bisschen, oder? Na, weiß nicht. Nee, geht. Nee, nee, ist okay. Versuch mal, da unterm Tisch kannst du, glaube ich, Heiden verstecken. Heiden? Bei der Heidi unterm Tisch? Guck mal hier, warte mal. Webdesign for Dummies. Find ich super. Was kann ich da... Ach, jetzt kannst du Heid drücken. Nee. Doch, da unten. Guck mal, wie kann ich denn auf einem Stuhl sitzen, wenn ich... Ja, man muss sich nicht immer selber sehen auf dem Stuhl. Ja, aber ich seh die gesamte Sitzfläche. Ach komm, wir holen uns erstmal einen Kaffee. Da kann ja schon mal nie so viel passieren. Ja, wir machen erst mal das Radio an. Ein vintage Radio. Geil, oder? Supergeil. Das ist hot. Ich kann mich nicht bewegen, Roy. Mach doch jetzt wieder. Hast du dich wieder im Büro eingeklemmt? Ja. Ach Mäuschen, ne? Oh Mensch. Sag mal. Ja, was denn? Ich hab nicht mein Schlüppi ausgezogen. Was? Bist du erst gar keinen an? Du kannst dich auch... Was? Du kannst dich doch ducken, glaube ich. Jetzt drücken Heid mit der Backspace. Versuch mal die Backspace. Nee, das Symbol muss immer noch da sein. Ach. Das ist irgendwie total ganz schlimm gemacht. Wo ist denn hier die Taste? Wir machen die... Nee, jetzt noch nicht. Jetzt muss das Symbol... Ach. Ach so. Moment. Oder Eingabetaste? Das funktioniert gar nicht. Ich drück doch die Eingabetaste. Ach so. Ach so, ich hab Backspace nicht gedrückt. Das ist jetzt schon. Wir hätten das vorher testen müssen. Ist ja auch scheißegal. Wir holen uns jetzt einen Kaffee, damit sich hier die Zuschauer nicht langweilen. Alles blind. Schön abends im Büro. Ja, super heiß. Ich find's super. Ich find's geil. Okay, das steuer ich nicht. Roboter's... Äh, Quatsch, Roboter's Office. Genau. Roboter's Office. Von den Robots. Genau. Was macht der da? Pornos runterladen? Ach, du kannst gar nichts klicken gerade. Nee, ich kann grad nichts machen. Hm. Was passiert da? Wird das gedruckt, oder? Du bist so fies, du hast das, du kennst das schon. Nein! Ja, ja, ja. Nee, so krass kenn ich's jetzt auch nicht. So krass kenn ich's. Oh, nur so ein bisschen. I wonder where he went. Ich frage mich, wo er hingegangen ist. Ach, der Roboter war anscheinend grad noch da gewesen. Und druckt ja an. Ja, komm, guck mich jetzt nicht schon wieder an mit deinen Reh-Kuh-Augen. Ich hab gar keine Reh-Augen. Nee, Reh-Kuh-Augen hab ich auch gesagt. Reh? Also, wenn ihr dann irgendwann Schmerzensschreie hört, das ist beim Spiel. Das bin ich. Das ist Gamesound. Das bin ich. Das ist in Gamesound. Leute, helft mir. Die Alte hält mich ja fest. Was hast du gesagt? Nix. Achso. Sag mal, kann ich jetzt hier mal was machen? Klappe zu. Na, drück doch mal irgend... Achso. Ach, scheiße, ich muss Space drücken. Oh, mein Gott, ist das geil. Echt jetzt? Ja, just when... Oh, dang. Ja, hier, Schnauze. So. Versuch mal da in die Tür zu gehen. Was? Ob man hier reingehen kann zu ihm. Nee, ist rot. Nee, ist ja rot. Ja, das ist normal. In jedem Büro wird der Rand von der Tür automatisch rot. Mischmasch. Orange. Du bist orange. Das kannst du doch in dem Licht gar nicht sehen. Alter, wir müssen echt mal mit Facecam aufnehmen. Das geht gar nicht. Ja. Was die Leute alles verpassen hier. Ja, dann seht ihr den Roy nackt. Nur untenrum. Kannst dich auch ducken, glaube ich. Wo kann man sich denn hier... Na, versuch mal C oder so ein Mist. C, ne. C erstmal auf deiner komischen Tastatur. Ey, du spielst ja wenig Ego-Shooter. Boah, ich seh auf deiner Tastatur null durch. Nee, C geht nicht. Aber ich will mal diesen Short Sprint testen. Uh. Oh, guck mal. Ich sprinte voll. Ey, das ist aber Short. Das ist ja wirklich Short, ey. Das muss ich jetzt nochmal testen. Warte. Oh. Oh. Naja, hier geht's ja ruhig ab, du. Ich muss ja eigentlich nur zum Kaffeeautomaten. Na, wo ist denn der? Keine Ahnung. Ich weiß es vor allen Dingen. Hehehehehe. Du hörst ihn vor allen Dingen schon, ne? Sag ich eigentlich die ganze Zeit nur vor allen Dingen. Na, hier ist doch eine Küche. Dann muss er doch hier sein. Kiische. Ich komm nicht aus Sachsen. Ich sag Quiche. Quiche? Kein Wunder ist dich nicht. Oh, guck mal. Oh, voll geil animiert. Ja, das sagt natürlich jeder, der nachts um drei noch im Büro ist. Ich gehe mal lieber zurück zur Arbeit. Apropos, kannst du abspeichern, wenn du am PC irgendetwas eingibst? Das steht irgendwie neben PC. Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert. Du bist es ganz genau gewesen. Nein. Jetzt bin ich es wieder gewesen. Also für alle männlichen Zuschauer, wir sind es immer. Was denn? Ach, der ist an. Was? Nein. Wer sieht uns? Nee. Na, ich? Nee, hör auf. Nee. Willst du schon nicht mehr? When did I type this? Na, gar nicht, du Vogel. Vogel, das war schon voll lustig. Na, geh mal an deinen Rechner. Da ist irgendeine Notiz, glaube ich, wo du... Oh, das ist ein Passwort. Genau, da kannst du jetzt... Ach, dein Passwort brauchst du nämlich. Ach so. Nee, den hast du ja noch nicht, oder? Doch, das steht da unten auf dem gelben Zettel. Da musst du irgendwie nochmal näher rangehen. Okay, äh, Escape, oder? Ja. Und dann setz dich mal auf deinen Stuhl. Genau, und jetzt dreh dich mal. Und was steht denn da? Nimm mal die Maus da weg. Das ist ja geil. Nee, genau so. Warte. Warte, ich bin mal kurz weg vom Mikro. Ich gehe mal vorschauen. Ja, der Roy streckt mir jetzt sein Hintergrund. Ich rufe aus dem Raum. Was? Hier steht U ist gleich M-E. Ach so, Username ist Mi. Aha. Und das Passwort ist Echelon. E-C-H-E-L-O-N. So, der Roy hat jetzt mit seiner Unglauben... Wie sieht er da aus? Ich komme wieder hinter. Ja, das interessiert doch niemanden. Doch, die Leute finden nicht... Username ist Mi. Guck mal. Als ob du es jetzt nicht lesen könntest. Was? Das gelbe Ding da. Ach so. Und drück mal Eingabetasse. Muss ich jetzt eng... So, Mi und Passwort ist... Echelon. Boah. Was ist denn ein Echelon? Darum kümmere ich mich jetzt nicht. So, was hat das jetzt gemacht? Drück mal Save oder so. Kann man denn hier Save drücken? Nee, einfach nur Save schreiben. Ach so. Klappt bestimmt. Game State. Save. Hahaha. Bin ich nicht geil? Ich eingebreue es nackig. Bist du denn plötzlich nackt? Das wünschst du dir vielleicht? Moment. Wo ist die Taste? Wo ist die Nackttaste? Genau, wo ist hier die Nackttaste in diesem Spiel? So, wir haben uns immer noch nicht versteckt, ne? Also man kann sich so untertischen und sowas. Genau. Hier ist immer diese High-Taste. Oder drück mal Leertaste oder sowas. Das ist ganz komplizierend. Nee, jetzt ist es wieder weg. Mach du mal die Maus kurz. Ich muss hier auf die Taste gucken. So, der Roy hat jetzt die Maus übernommen. Ey, hast du hier schon mal reingeguckt? Nö. Wow. Das für euch ist schon zu viel. Nee, da ist nix und da ist nix. Man kann sich doch irgendwie ducken. Ich will dir jetzt nicht hier die Dings aus der Hand klauen, aber drück mal F1. Genau. Hiding, stand close to desks or certain corners while looking... Und linke Maus-Button drücken. Oh! Und dann press Space to... Okay, das müssen wir jetzt mal testen. Ja, das muss... Moment, warte mal. Erst linke Maus? Ja, genau so. Ja, ganz... Nee, linke Maustaste einfach. Genau. Ah! Und wieso stand dann das... Achso, um der rauszukommen. Ey, mich würde niemand finden, ey. Ja, nee, sieht man gar nicht. Vor allem, wenn man in die Tür reinkommt. Aber ducken stand ja nix von ducken jetzt. Nee. Nee, dass wir irgendwas in den untersten Containerschubladen vergessen oder so. Zum Beispiel da unten ist da bestimmt auch noch was zum Aufmachen gewesen. Was macht der? Was hast denn du? Was? Nee, das machst du, das bist du. Nee. Du hast so eine männliche Hand. Nee, 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 nee. Wie geht das wieder weg? Ich weiß nicht. Was hast denn du gedrückt? Ich... Hör auf, du willst ganz genau was. Ich weiß überhaupt... Ey, wir werden mal Sachen unterstellt, das ist hier Sachen... Ich musste das... Was macht der da? Was ist denn das für ein Psycho? Ich renne auch so nachts mit dem Kugelschreiber durch die Gegend. Vor allen Dingen nachts im Büro beim Gewitter. Ich würde so kaputt gehen und ist keiner mehr da. Ey, echt? Nee, ohne Scheiß. Jetzt nie, um dir Angst zu machen. Ja, nee, gar nicht. Nee, ach man, mir glaubt das immer niemand. Naja, woran das wohl liegt. Und... Du hast eigentlich gewusst, dass ich mehr Abonnenten mehr bist. Halt. Ey. Das wusste ich jetzt noch bringen. Das ist zwischen... Au, nicht dahin. Das ist das beste Stück des Mannes. Aber ich komme sonst nirgendwo ran. Das stimmt. Nein, es ist zwischen uns heute... Ich kann es gar nicht erzählen. Wir hatten gleich vier Abonnenten und heute bin ich knallhart vorbeigezogen. Danke Leute, ihr seid die geilsten. Also, das wird sich... Also, wenn ihr es bei mir auf dem Kanal seht, bei Maybe Tiss, ihr seid die geilsten, bei Miss Fortuna, kommt zu mir. Also, gleich scheppert es richtig? Nein. Bei uns beiden. Sag mal, bobert dein Herz gerade. Jetzt wird doch auch hier so Bildwerbung machen. Bobert dein Herz gerade. Ja. Ich würde nicht aufs Klo gehen. Ist hier wer? Das weiß ich doch nicht. Das ist aber... Hier ist es, glaube ich, wirklich nicht gescriptet. Hier kann... Ey, da ist ein Schlüssel. Ja, jeder versteckt ja einen Schlüssel im Klo. Das ist normal. Robert's Key. Also? Robert hat seinen Schlüssel einfach ins Klo rin geschmissen. Aber vor allem, wir wollten doch weiterarbeiten. Wow. Was war denn jetzt so? Ich nehme noch einen Schluck. Ja, du darfst trinken. Ich muss hier steuern. Scheiße. Soll ich dir jetzt wieder irgendwas halten? Brauchst du einen Beutel oder geht so? Deine Hände wären anderswo benötigt. Was? Die Leute, ey. Was die sich hier vorstellen. Du hast mit dem Scheiß angefangen. Ich würde nicht in Roberts Büro gehen. Jetzt hör doch mal auf mit dem... Du machst mich auch mal so alle. Du bist so eine Pussy. Wieso bin ich denn? Ich bin die Pussy. Ja, du bist die Pussy. Ey, was liegt denn da? Hör auf die... Nee, jetzt ohne... Ich hab... Du weißt doch ganz genau... Nein, ich hab... She has done very bad things, Robert. Nee, nee, nee. Nee. Mach mal die Tür zu. Nee, ich weiß wirklich nicht alles. Jetzt ohne Mist mal. Ey, ganz ehrlich. Da ist ein Reacher-Brett. Was? Na, das Ding dort, ey. Ja, ich reach gleich mit mit dir. Das ist... Ein Reacher-Brett heißen die. Ja, das bin doch erledigt. Wieso hat der seinen Kugelschreiber wie so ein Psychopath die ganze Zeit da draußen? Ich find's geil. Nächst mal, wenn wir einen wirklich Play machen und du spielst, dann setz ich mich auch so neben dich. Ah, hier kannst du, glaube ich... Weiß ich ja auch mal... Kann ich hier nicht einfach eingeben? Robert? Hier, Username. Robert. Ist doch so unglaublich kreativ los. Bad Login. Ach, Scheiße hier. Nee, nee. So einfach macht uns das der Robert dann doch nicht. What? Alter. She's coming close. Nein, nein. Ich wusste, wieso... Fanny, und dann... No! Äh... Ist das hier? Oder drüben? Du wirst ganz genau... Nein, ich weiß das nicht. Ich erzählte nichts, weil ich eventuell mal irgendwas davon schon gesehen habe. Ist ja wirklich bei uns. Ey, geht da nie an das Telefon, Mädel. Hallo. I see you. Ohohohohohohohoho. I see you. Ich hab kaum Gänsehaut, bist gar nicht, bist übelst hart. Oh Gott, du bist jetzt kaputt, oder? Stell dir mal vor, das passiert dir im Büro. Jetzt müssen wir weitermachen Also ich habe den Teil davor gespielt Jetzt musst du den spielen Jetzt sagt nicht, der ist schlimmer als der andere Du musst auch kommentieren, ne? Das ist immer noch ein Let's Play Sag mal, wo ist dein Mikro eigentlich? Ach, da übst du an der Seite Wenn man mich nicht mehr hört, der Roy hat mit Absicht Das Mikro von mir scheiße eingestellt Hey, das hast du doch am Kopf Damit er hier 1000 Abonnenten kriegt Alter, mir ist jetzt übelst heiß Oh Gott, jetzt zieht er sich aus Jetzt weiß ich gar nicht, wo der Horror ist Oder wo er anfängt Hey, spiel weiter Was denn? Ich ziehe nur ein Schlüppi aus Oh Mann, ey Ich hätte übelst Schiss Jetzt hör doch mal auf damit Ey, Männer sind so gemein Du wolltest das doch spielen Nimm mal eine Banane, Mädel Das ist ein komischer Appel Banane? Ich hab hier genug Bananen Was? So, äh Sag mal, du führst das Ganze hier so Äh, ey, ey Wir werden übelst versagen, ne? Das weißt du jetzt schon Du wirst versagen Wenn hier irgendwer kommt, werde ich dich vorschubsen Ey, war eigentlich so geil Das ist so eine Leiste, ne? Was für eine Leiste? Ne, hier Das ist so eine Ja, das ist eine Steckdose Oh, ey Als Nicht-IT-Expertin Hm? Erkenne ich eine Steckdose, sowas? Wieso poppert dein Herz so? Mann, hör doch mal auf Nee, ohne Alter, ich sag doch auch nur, was ich hier erkenne Geh da nicht rein Hör auf Ich, nee Oh Was denn? Du denkst immer, ich weiß ja alles Doch, hier an dem Ding ist irgendwas, glaube ich Häng in der Nicht da Nicht da Nee, hinter dir in diesem Reinigungsgedöns war, glaube ich, irgendwas Du weißt gar nicht Jetzt kommt ein Jumpscare, oder? Nein Nee, du kannst sowas an Nee, hier gibt es, glaube ich, keine So Jetzt steht die hier draußen, oder? Nein Nee, und dann muss man sich, wenn die da ist, glaube ich, verstecken Ja, geil, oder? Meine Kombinationsgabe ist Hammer Aber das macht sich Ich verstehe auch noch nicht, was müssen wir jetzt hier ganz genau machen Nee, ich auch nicht Guck mal überall rein Das Ziel des Spiels ist irgendwie unklar, finde ich Nee, wir wollten eigentlich weiterarbeiten, aber da hat Was für ein Scheißgrün ist, nicht? Das ist hier von dem Web.com Dotcom Okay Also die Tür hier ist da auch abgeschlossen Nee, das sieht aus wie ein anderes Büro Das müssen wir wahrscheinlich Aber irgendwie schick, finde ich, die Büroräumlichkeiten, muss ich sagen Ja, wenn man Zeit dafür hat, sich hier umzugucken, dann vielleicht Ja, du spielst ja Ja, genau So, warte mal, wir haben da Roberts Key bekommen vorhin Ja, damit haben wir ja Roberts Büro Ja, aber dort haben wir nichts weitergekriegt, ne? Doch, die Notiz Nee, und an den Computer konnte man nicht ran Oder soll ich nochmal in Roberts Büro gehen? Ja Weil es wird ja hier wohl kaum ein Kollege von ihm irgendwie ein Passwort in einem Schubfach haben Kollege Kollege War der von uns auch schon an? Ja Die sind alle hier irgendwie an Von Schleichwerbung, glaube ich, von HP Ähm, äh, von, genau, Homepage Was? Darf man auf YouTube eigentlich Schleichwerbung machen? Nee, nicht, wenn man YouTube-Partner ist Achso Alter Alter Obwohl Robert sein Büro ist irgendwie ein bisschen Da würde ich auch beklemmen Nee, das haben wir ja selber schon vor uns gelesen Na, aber ich kann jetzt nichts machen Nee, doch, du drückst nochmal Leertaste Was ist der devil in Vail? Scheiße Robert Hat Had some demons Achso Who is he talking about? Nee, von seiner Schwiegermutter Pass auf, wenn ich mich jetzt umdrehe, Jamski Von seiner Schwiegermutter bestimmt Ist er auf alle Fälle eine verschlossene Schuhe? Ah, kann man hier irgendwas an dem Reacher-Brett machen? Weil das ist doch zum Kommunizieren mit Geistern da Achso Weißt du das nicht? Ey, wir müssen mal paranormale Activity zusammenschauen Ich gucke mit dir nichts mehr an Wieso nicht? Du machst mich immer gleich Es war immer so viel Liebe im Raum Ja, natürlich Wenn ich nicht gerade so Hassfantasien und Umbringen und sowas im Kopf habe, dann sind es Liebesgefühle Im Raum Im Raum Überall Ey Ich kann jetzt schon nicht mehr Wie so klopft denn da jemand, Alter? Du hast es aber bald geschafft, wie du unten sehen kannst an der Uhr, ne? Das ist nicht unter der Tür Noch das mit Ich bin der Tür Was für eine Uhr? Da unten Was? Achso Ja Oh, ist gut, dann brauche ich erstmal Ne, ne Brauche ich erstmal einen Kaffee Ja Ich finde es lustig Ich gebe erstmal einen Kaffee Ja, der Roll muss duschen und ich muss einen Kaffee Ich glaube, du musst den Mikro dann echt noch ein Stück weiter vor den Mund nehmen Wo in das? Ach, weg Nee, weil das so weit an der Seite jetzt weiter ist irgendwie Ja, ich weiß ja auch nicht Weil das muss ja auch Ich habe es jetzt genau mitten im Gesicht Im Auge Ja, ja Wenn er sich noch ein bisschen vorbeugt Oder wenn jemand anders, sagen wir Der hat denn da eigentlich Wo, wo hat derjenige geklopft? Du weißt ganz genau, was ich Ey, du machst dich kaputt Ey, wenn der Part vorbei ist Dann erzähle ich dir nochmal richtig Dass ich die Scheiße nicht komplett kenne Du bist so mies Alter Das ist so gemein, ey Ganz ehrlich, du weißt ganz genau, was hier passiert Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert Du hast dir voll die Let's Face angeguckt Wieso erschreck ich mich denn dabei? Wenn ich das schon weiß Na, weil du dich hier künstlich hochpuschst Ich pusch dich gleich mal künstlich hoch Voll ein Was? Uah Was tut es? Oh mein Gefühl Alter Konsuela Zum Beispiel, das wusste ich Schufte Konsuela Mexikaner Schufte Keine Southport-Parodie Nein, gar nicht Quatsch, nein Wir haben auch die Folge jetzt gerade nicht vorher geguckt So, ich nenne die Frau, die uns verfolgt Jetzt Konsuela The Last Mexican Das ist ja, wenn man Man soll ja, wenn man Angst vor was hat In so Spielen und so Muss man den Feind personifizieren Nicht, aber als so Reale Person darstellen Achso Man soll dem ruhig einen Namen geben Okay Damit man nicht so viel Angst hat Das ist Frau Poltergeist Nein, ich hab doch gesagt, die heißt Konsuela Das ist deine Mutter Was ist hier? Voll Was? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, Mann Na, ich doch auch nicht Sonst würde ich ja hier nicht rumlaufen Wie mit einem Ey, speicher noch mal ab Speicher noch mal ab Du verarschst mich Ne, speicher noch mal ab jetzt Ich verarsch dich überhaupt Den Part können wir gar nicht hochladen Das sind nur Beschimpfungen und Angst Kennst du das eigentlich doch? Me? Ne Was? Erstmal Username Me Quatsch Me und Konsuela Echelon Dann Safe So Gut Genau Und jetzt Aufnahme Pause Wir sagen Tschüss, tschüss Bis zur nächsten Runde Tschüss Auf Pause? Ne, auf Stopp Achso Tschüss Tschüss sch